Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ja, dieses Mal gibt es so einen kleinen Blick hinter die Kulissen von M23. Denn wie entsteht überhaupt eine neue M23-Version? Darum soll es heute gehen. Ja, wir haben zum einen eine Entwicklungsphase. Dort gibt es sehr viele Tätigkeiten, die halt immer wiederholt werden. In sehr vielen Durchläufen wird immer wieder so ein bisschen angepasst. Also es werden zum Beispiel neue Funktionen implementiert. Dann müssen die natürlich auch sinnvoll dokumentiert werden. Zum einen im Quelltext, damit ich hinterher nach ein paar Jahren noch weiß, was es getan hat. Damit ihr auch wisst, was es tut. Damit das Ganze nachher auch in die API-Dokumentation einfließen kann. Dann baue ich ja Pakete daraus. M23-Server-Installations-Test-Pakete. Und lade die zum Teil eben auch hoch. Diese Test-Pakete landen auf einer Sub-Domain, also nicht unter m23-inst.goes-habermann.de, wo die normalen M23-Server-Installations-Pakete vorhanden sind, von wo sie installiert werden, und die eben die stabile Version enthalten. Dieses m23-dev.goes-habermann.de, dort sind immer nur die Test-Pakete. Die sind also nicht für einen stabilen Einsatz gedacht, sondern wie der Name sagt, Test-Pakete zum Ausprobieren und Rückmeldung geben. Die Tests mache ich zum Teil eben per Hand. Also ich klicke in der Oberfläche rum. Ich probiere, denn aus einer virtuellen Maschine da zu installieren. Oder eben was auch nötig ist, um das auszuprobieren, ob die Funktion, die ich implementiert habe, das tut, was sie soll. Diese Tests können allerdings auch durch M23-Nutzer bzw. durch Kunden von mir stattfinden. Die probieren denn diese Test-Pakete auf ihren eigenen M23-Servern aus. Neben dem eher händischen Ausprobieren gibt es M23-Auto-Test. Das ist so ein Framework, um automatisiert eine Menge von Funktionen zu überprüfen. Dort werden virtuelle Maschinen mit M23 installiert. Also einmal den Server, der wird dann installiert. Und von dem aus werden verschiedene M23-Clients installiert, administriert. Und das Ganze geschieht automatisch, indem ein Administrator simuliert wird. Also in der Oberfläche klickt so ein Skript rum und guckt nach, ob da die richtigen Dinge nachher rauskommen. Und dann wird auf dem M23-Clients überprüft, ob ein Paket installiert ist oder ob es wieder entfernt wurde und so weiter und so fort. Nachdem ich Dinge getestet habe, sind meistens ja noch irgendwelche Fehler drin. Die muss ich also korrigieren. Und hinterher checke ich das Ganze in Bygit ein und lade das auch hoch. Und diese Kette an einzelnen Tätigkeiten, die läuft halt immer wieder durch. Manchmal sind auch Punkte bei, die ich dann überspringe. Wenn ich eine Funktion bloß korrigiere, muss ich vielleicht die Dokumentation nicht anpassen. Wenn ich gerade keine Testpakete brauche, dann baue ich halt keine und so weiter. Also aber das läuft immer wieder durch. Dann gibt es Tätigkeiten, die bloß entweder einmalig für eine neue Version gebraucht werden oder sehr selten sind. Jetzt gerade für die neue M23-Version gibt es als neue Zielplattform Debian 11. Um das Ganze automatisiert mit M23-Auto-Test ausprobieren zu können, also testen zu können, brauche ich also zwei neue virtuelle Maschinen für Debian 11. Einmal in 32-Bit und einmal in 64-Bit. Die bereite ich vor und die werden halt immer wieder zurückgesetzt auf so ein Grundsystem. Und dann werden diese M23-Pakete drauf installiert und dann werden diese ganzen Tests gefahren. Also für eine neue Version von Debian brauche ich zwei neue Maschinen. Wenn ich jetzt ein neues UCS habe, brauche ich bloß eine Maschine, denn UCS gibt es bloß noch als 64-Bit-Version. Für eine Raspberry Pi sieht das ähnlich aus, wenn es da jetzt irgendwie eine neue Version gibt, also wie jetzt das Debian 11. Dann nehme ich so ein offizielles Abbild für ARM64, bereite das vor, also ich aktiviere den SSH-Server, ich setze eine statische IP-Adresse und ich setze ein Root und ein Benutzer-Passwort. Das wird gebraucht, damit Autotest eben automatisch sich auf so einem Raspberry Pi einloggen kann als Administrator und dort Pakete installiert, Dinge überprüft und nachher auf die Oberfläche draufkommt und so weiter. Und dieses modifizierte Image, das schreibe ich halt für jeden Test, den ich damit durchführe, wieder neu auf eine SD-Karte und mache den Test halt nochmal neu. Und das Ganze geschieht dann über M23-Auto-Test, also das Durchführen von dem Test, nicht das Schreiben von der SD-Karte. Dann, wenn es sehr stark auf ein Release zugeht, drucke ich mir ein Dokument aus. Das ist so eine Release-Plan-Tabelle. Dort stehen die einzelnen Punkte drin, die ich halt brauche, um dieses Release zu veröffentlichen. Also solche Sachen wie Handbuch erstellen, nochmal angucken, ob es stimmt, hochladen. Genauso wie das Entwicklungshandbuch erstellen, testen, hochladen. Debian-Pakete, die auch nochmal erstellen, testen, hochladen. Und so weiter und so fort. Das sind verschiedene einzelne Tätigkeiten, die ich da mache. Und jedes Mal, wenn ich das erfolgreich gemacht habe, mache ich mir so ein Häkchen da rein. Dann kann ich immer genau gucken auf meine Liste, die jetzt auch vor mir liegt, was ich alles schon gemacht habe. Und wo es denn eventuell noch hängt, was ich noch machen muss und so weiter. Dann, wenn meine ganzen Tests alle soweit funktioniert haben. Und wenn ich meine, das ist eigentlich soweit fertig, dann sind wir beim Dokumentieren. Normalerweise sollte das meiste ja schon drin sein in der M23-Oberfläche. Da gibt es auf jeder Seite einen Hilfetext, der beschreibt, was man auf dieser Seite machen kann. Dann gibt es auch Dialog-Elemente, also Buttons zum Beispiel, die halt eben auch komplett sein müssen. Die müssen auch alle übersetzt werden, damit sie in Deutsch, Englisch und Französisch vorhanden sind. Also die Übersetzung mache ich nicht. Und dann ist diese Oberfläche mit den Hilfetexten schon mal komplett. Dann muss ich für das Benutzerhandbuch eventuell neue Screenshots erstellen. Das war jetzt in dieser M23-Version nicht notwendig. Aber wenn ich jetzt irgendwelche neuen Dialoge habe oder Dialoge haben sich so geändert, dass ich neue Screenshots brauche, muss ich den natürlich auch noch machen. Und das wiederum in allen drei Sprachen, also Deutsch, Englisch, Französisch, damit ich daraus das Handbuch bauen kann. Dann generiere ich das Benutzerhandbuch eben in drei Sprachen. Dabei werden die Hilfetexte, die schon in der M23-Oberfläche vorhanden sind, als Basis genommen, die werden in Tech umgewandelt. Tech ist so ein Textsatzsystem. Damit wird anhand von so einem, ja letztendlich kann man sagen Quelltext, das Dokument erstellt. Und ich mache eben aus diesem Tech-Quelltext ein PDF und ein HTML, also mehrere HTML-Dateien. Und die werden automatisch daraus generiert. Und Tech sorgt eben dafür, dass das PDF eben auch gut aussieht. Also da werden diese Buchstaben näher zusammengerückt, die ja nicht so dick sind. Und damit das halt irgendwie wohlgefällig aussieht, das macht Tech halt. Und es gibt eben die Möglichkeit, dass das Ganze eben auch noch als HTML-Version auch noch rausfällt. Von daher verwende ich das so. Anschließend muss das Ganze natürlich hochgeladen werden, damit es eben auf der Community-Seite von M23 bei SourceForge liegt. Und das PDF, beziehungsweise die drei PDF-Varianten, Deutsch, Englisch, Französisch, die landen eben auch auf dem ISO. So, was ihr benutzt, um euren M23-Server zu installieren, wenn ihr nicht die Pakete benutzt. Ansonsten landet die HTML-Version eben auch als Debian-Paket auf eurem M23-Server, egal wie ihr den installiert, damit ihr eben auch eine Hilfe-Funktion habt. Also das ganze Handbuch und nicht bloß die einzelnen Dialoge mit den Hilfetexten dazu. Das kommt dann auch noch mit dazu. Beim Development Guide, also dem Entwicklerhandbuch, da sieht es ein bisschen anders aus. Das gibt es zum einen nur auf Englisch und da gibt es ein Skript, was aus den ganzen PHP-Funktionsbeschreibungen, also die immer davor stehen, da steht dann drin, wie heißt diese Funktion, welche Parameter hat sie und welche Funktionen haben die einzelnen Parameter, die man übergibt. Was ist der Rückgabewert, was passiert im Fehlerfall? Das steht alles in so einer Beschreibung über jeder Funktion und das nimmt jetzt ein weiteres Skript, guckt diese ganzen PHP-Quelltext-Dateien durch, nach diesen Funktionsbeschreibungen, überführt die in Tech und macht daraus die API-Dokumentation. Das geschieht halt automatisch. Neben diesem automatisch generierten Teil gibt es eben auch statische Tech-Abschnitte, quasi Kapitel, wo denn solche Sachen drinstehen, was muss ich anpassen, wenn es eine neue Kleindistribution gibt, damit ich beim nächsten Mal nicht wieder von vorne anfange. Ich vergesse dann wahrscheinlich auch irgendwas und das ist für mich so ein Leitfaden, dass ich weiß, aha, wenn jetzt eine neue Debian-Version rauskommt oder eine neue Ubuntu-Version, gucke auf das, das und das, passt das hier an, passt das da an, das steht da halt drin. Und aus diesen ja insgesamt wiederum Tech-Quelltexten entsteht auch wieder ein PDF und eine HTML-Version. Das wird natürlich auch wieder hochgeladen auf die Community-Seite und das landet eben auch auf dem M23-Server als Dokumentation. Nachdem wir uns um die Dokumentation gekümmert haben, kommen wir zur Veröffentlichungsphase mit den Zielplattformen. Dabei gehe ich jetzt davon aus, dass der Quelltext eigentlich fertig ist und ausgiebig getestet ist. Es kann natürlich immer noch irgendwas schief gehen, dass innerhalb von diesen Tätigkeiten, die ich jetzt ausführe, doch mir noch wieder was auffällt. Da muss ich natürlich nochmal wieder ran und muss das korrigieren und so weiter. Aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es jetzt alles fertig ist. Wir leben in einer heilen Welt, wo es keine Fehler mehr gibt an dieser Stelle. Dann werde ich diesen Quelltext nehmen und mache einen neuen Git-Zweig für diese fertige Version. Ich habe einmal meinen Master-Zweig in dem Git drin, wo einfach immer alles reinkommt, was ich gerade entwickle. Oder wenn jemand anders was mir gibt, was ich da einbauen soll, dann würde es auch dort einfließen. Und wenn ich jetzt so eine Veröffentlichungsversion habe, dann mache ich daraus einen neuen Git-Zweig, der dann heißt M23-22.1 für diese Version. Und für das MDK, das M23-Development-Kit, heißt dieser Zweig denn eben MDK-22.1 zum Beispiel für dieses Mal. Und in diesen Release-Zweig, da kommen quasi bloß noch die Änderungen rein, die irgendwelche Dinge korrigieren. Und ansonsten soll das eben auch quasi so statisch sein. Und ich kann von diesem Release-Zweig, wenn ich da jetzt einen Bugfix drin habe, auch zu meinem Master-Zweig rüber, merchen und eben auch umgekehrt. Da kann ich aus dem Master-Zweig eine Korrektur in den Release-Zweig übernehmen und damit halt Dinge korrigieren. Aber eigentlich soll es in diesem Release-Zweig keine großartigen Änderungen mehr geben. Also keine neuen Funktionen oder so irgendwas. Dann baue ich ein letztes Mal die M23-Server-Software-Pakete und teste das Ganze eben nochmal auf acht Zielplattformen. Also das ist jetzt wirklich bloß der letzte Schritt, um zu gucken, ob meine Release-Pakete, also vorher hatte ich immer bloß Test-Pakete, jetzt habe ich Release-Pakete, die unterscheiden sich eigentlich, jedenfalls in der Theorie, so gut wie gar nicht. Mal abgesehen davon, dass oben in der M23-Oberfläche nicht mehr Entwickler-Version drin steht. Eigentlich nicht. Aber man weiß ja nie. Von daher lieber nochmal testen. Denn nach einer Definition, was mir mal ein Entwickler gesagt hat, ist etwas, was ich nicht getestet habe, per Definition kaputt. Und das ist wirklich so. Also Dinge, die man nicht probiert hat, die sind eben häufig auch fehlerhaft. Und selbst wenn man das getestet hat, dann kann es immer noch sein, dass da irgendwelche Dinge drin sind, die man entweder selbst nicht findet, weil man irgendwann, oder bei mir beobachte ich das jedenfalls, ich habe da so eine gewisse Art, wie ich Dinge einfach ausprobiere. Da sind auch nicht so große Abweichungen mit bei. Und der M23-Auto-Test als automatisiertes Framework macht das eben quasi auch immer gleich. Von daher, wenn man jetzt irgendwelche administrativen Tätigkeiten, vielleicht mal in der Reihenfolge umdreht, wenn das geht, oder einfach irgendwie anders macht, dann kann es zu Fehlern führen, die ich so halt niemals finden würde. Jetzt geht es nochmal um das Testen von insgesamt 8 C-Plattformen im Moment. Das sind einmal Debian 9, 10 und 11. Debian 9 wird demnächst wegfallen. Und das in der 32 und der 64-Bit-Version. Dann haben wir noch UCS5 als reine 64-Bit-Version. ARM64 auf dem Raspberry Pi. Und zu jeder von diesen 8 C-Plattformen kommen noch weitere Client-Distributionen. Also ich teste, wenn ich das komplett durchlaufen würde, normalerweise mache ich das eben nicht bis zur Komplettzahl von 56 Tests pro C-Plattform. Dann hätte ich eben noch 56 Tests mal 8 für verschiedene Desktops, die ich auf Clients installieren kann, in verschiedenen Sprachen, in Deutsch, Englisch, Französisch, als 32 und 64-Bit-Version, wenn die vorhanden sind. Also diese 56 Tests, das ist quasi so der Maximalausbau von einer M23-Klein-Distribution. Diese 56 Tests, beziehungsweise ein bisschen weniger, wenn ich bloß die 64-Bit-Plattform habe, die werden ja quasi zufällig ausgewählt und dann so als Testparcours in eine Skriptdatei geschrieben. Und dann nacheinander wird das Ganze durchgegangen und dann wird halt quasi gewürfelt. Wenn ich jetzt unter Debian 10 als Server alles durchprobiere, dann würfelt mir dieses Skript hin, ja, installiere unter einem Ubuntu 22.04 einmal KDE in Englisch, einmal XFCE in Französisch, einmal Mate in Deutsch und dann dasselbe für, ja, keine Ahnung, für ein neueres Ubuntu, für ein älteres Ubuntu, für Linux Mint und so weiter. Also von daher kommt man auf relativ hohe Zahlen bei diesen einzelnen Tests. Nachdem ich mir jetzt auch noch sicher bin, dass diese ganzen Tests durchgelaufen sind, beziehungsweise ein großer Prozentsatz davon und ich sehe, dass das Ganze alles funktioniert, dann muss ich von dieser UCS-Testinstallation, die ich gemacht habe, also vom Server, unmaintained Pakete mir runterziehen. Univention unterteilt das in, ja, quasi maintained Pakete, also die sie selbst unterstützen, das ist eine Untermenge von den Paketen, die es unter dem zugrunde liegenden Debian gibt. Also die unterstützen nicht alles, was es unter Debian geht, also muss ich im Zweifelsfall diese unmaintained Pakete, die zwar verfügbar sind, aber nicht normalerweise aktiviert sind, muss ich mir aus dieser Installation einmal rausziehen. Und wenn ich diese M23-App bei Univention veröffentliche, muss ich diese Pakete auch mitgeben. Also diese Pakete kommen zwar von Univention, also ist so eine Abspaltung von dem Debian, was drunter liegt, aber die sind offiziell nicht aktiviert. Also ich muss die da erstmal auf das System installieren und dann nehme ich von dort die Pakete, packe das zusammen und veröffentliche das quasi zusammen mit meiner M23 UCS-App. Ja, das soll da so sein. Dann baue ich mir meinen M23 Server Installations ISO und teste das eben auch automatisiert durch M23 Autotest. Das wäre dann schon die neunte Zielplattform. Dann lade ich die M23 Server Software Pakete hoch. Die landen dann eben auf meinem eigenen Server unter m23inst.ghost-habermann.de. Dort liegen immer die Pakete für die stabile Variante von M23, die gerade veröffentlicht ist. Diese Pakete werden auch genommen, zusammen mit diesen unmaintained Debian Paketen und einem UCS Extra Paket und dann in dieses Univention Test Repo hochgeladen. Nachdem das oben gelandet ist, dann mache ich noch einen weiteren Test. Also ich probiere jetzt quasi offiziell über dieses Univention Test Repo die M23 App zu installieren. Das ist quasi jetzt die zehnte Plattform, die ich teste. Das ist anders als die lokalen Tests, die ich mit dem Univention mache. Da habe ich erstmal diese lokale Phase, wo meine M23 Pakete von einem lokalen M23 Server kommen, wo ich auch sehr schnell einfach mal ein Update machen kann. Das geht in diesem Fall hier nicht. Dann läuft mein Test hoffentlich auch nochmal durch, dass sich das eben auch aus diesem Test Repo installieren lässt. Und hinterher kann ich denn die M23 UCS App auch freigeben. Ich habe jetzt ja mein M23 Server Installations ISO erstellt. Das lade ich jetzt noch hoch auf Sourceforge. Und aus diesem ISO erstelle ich gleichzeitig auch noch automatisch mit M23 Autotest die Virtual Box Appliance. Die lade ich natürlich auch wieder hoch auf Sourceforge. Und dann installiere ich eben die M23 Pakete auch noch auf einem Raspberry Pi. Das geschieht auch über Autotest. Da wird dann die Software installiert und hinterher wird die SD-Karte auch noch mit Nullen überschrieben an den Stellen, wo keine Daten hinterlegt sind. Dann bekommt man ein etwas kompakteres Image hinterher raus. Da wird dann auch quasi mit DD Image angelegt. Das wird komprimiert. Und das lade ich auch auf Sourceforge hoch. Wenn ich jetzt die ganzen Vorarbeiten gemacht habe. Ich habe alle Plattformen erstellt. Dann geht es darum, um Dinge anzukündigen. Also Artikel zu schreiben oder so ein Video wie das hier zu machen. Beziehungsweise das Video dazu, wie man unten auch sieht hier. Was gibt es Neues beim Softwareverteilungssystem M23 22.1? Guck da einfach mal in den Folien vorbei. Da habe ich ein anderes Video verlinkt, wo ich nochmal ein bisschen erzähle, was gibt es jetzt eigentlich noch Neues. Also nochmal wieder zurück an Anfang hier. Ich schreibe für die Community-Seite einen Artikel. Der ist relativ ausführlich. Da sind auch technische Details drin für diejenigen von euch, die das interessiert. Ja und hinterher wird dieser Artikel eben auch noch auf Englisch übersetzt, sodass wir eben zwei Sprachvarianten haben. Dann schreibe ich eben für meine Dienstleistungsseite auch noch einen Artikel. Der ist so ein bisschen mehr auf Firmenkunden zugeschnitten. Also da lasse ich denn so diese technischen Details weg, wo ich dann MWU beschreibe. Ja, in der Datei XY habe ich jetzt eine neue Funktion eingefügt, die jetzt was ganz Tolles macht. Da sind quasi bloß so die Dinge drin, die für Entscheider interessant sind. Also nicht so für die Administratoren, sondern für die Entscheider. Das steht dann da drin. Dann erstelle ich eben noch die M23-Demo. Das ist letztendlich eine Offline-Kopie der M23-Weboberfläche. Da wird mit HT-Track, meine ich als das Programm, diese M23-Oberfläche einfach so durchgegangen. Also der klickt quasi alles an und macht von jeder einzelnen Seite so eine Kopie. Und dann werden die auch hinterher verlinkt. Also ihr könnt dann nachher euch auch durch die Oberfläche so durchklicken, so wie das Programm das halt gemacht hat. Das ist für euch interaktiv und basiert auf Demodaten, so dass ihr so ein Gefühl dafür kriegt, wie das Ganze halt funktioniert, wenn ihr euch da durchklicken könnt. Und das Ganze wird dann eben auch hochgeladen. Da passiert natürlich nichts, wenn ihr da hinklickt. Also wenn ihr auf Formatieren klickt, wird dann nirgendwo eine virtuelle Maschine formatiert oder so. Das ist einfach so eine Kopie von der Oberfläche, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt. Dann habe ich meine ganzen verschiedenen Dateien. Also ein ISO habe ich, diese VirtualBox Appliance, dieses OVA habe ich. Dann habe ich ein Raspberry Pi Image für die SD-Karte. Und diese ganzen Dateien sind ja schon hochgeladen. Aber ich muss die ja noch in meinem CMS verlinken, dass da denn steht, wenn ich auf Download klicke, die neue ISO-Version ist folgende. Und das OVA wurde veröffentlicht und hat die Checksumme sowieso. Das mache ich dann auch noch. Da habe ich ein Skript für. Dann muss ich diese Artikel und Dinge, die ich geschrieben habe, zusammen mit dem CMS eben auch noch veröffentlichen. Einmal auf der Community-Seite bei Sourceforge und auf meiner Dienstleistungsseite da natürlich auch. Dann mache ich ein Newsletter, wo dieser Community-Ankündigungsartikel auch noch mal drin steht. Den muss ich noch ein bisschen anpassen, weil das ist ein reiner Text-Newsletter. Also da schmeiße ich noch ein paar Formatierungen raus und so weiter. Und das Ganze wird dann verschickt. Dann erstelle ich eventuell noch Videos dazu, so wie das hier und wie das andere Video, wo ich vorstelle, was da so Neues drin ist. Lade die hoch auf YouTube, auf meinem Peertube, was jetzt Technics ist. Ja, und dann bin ich hoffentlich fertig. So, das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ihr mal seht, was hinter M23 so alles steckt, wie groß der Aufwand nun wirklich ist. Und ja, das sieht man ja normalerweise nicht. Das wird bei anderen Open-Source-Programmen oder bei anderen Entwicklungen genauso sein. Bloß normalerweise bekommt man das ja gar nicht so mit. Und von daher, da ist sehr, sehr viel Arbeit drin in solchen Dingen. Besonders, wenn man so viele verschiedene Plattformen unterstützt. Und von daher wird es niemals perfekt sein. Meldet bitte irgendwelche Probleme, die ihr habt. Und das auch möglichst detailliert. Also nicht, das funktioniert. Und wenn ich dann zurückfrage, ja, was stand denn da? Ja, keine Ahnung. Da war irgendwie eine Fehlermeldung. Die habe ich weggeklickt. Also, sowas hilft ja nicht. Bitte probiert es aus. Ich kann das nicht alles leisten. Und schickt mir die, ja, Informationen dazu, damit ich das reproduzieren und eben auch im Z2 korrigieren kann. Ja, auf meiner Seite hier, da gibt es ein Kontaktformular. Dort könnt ihr das Ganze denn eintragen. Oder ihr geht eben auf die Projektseite bei Sourceforge. Dort gibt es auch ein Kontaktformular. Ja, ansonsten, probiert die neue Version aus oder lasst es bleiben. Die Einstiegshürde ist nicht so hoch. Ihr könnt Raspberry Pi nehmen. Ihr könnt eine virtuelle Maschine nehmen. Probiert es einfach mal aus, ob das was für euch ist. Wenn ihr irgendwie Dienstleistungen braucht, dazu Entwicklung oder Administration, Paketierung, Skripterstellung, was weiß ich, dann, genau, schreibt mir hier. Ansonsten war es das jetzt auch wirklich. Abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss.